Wie reduziert man den CO2-Fußabdruck eines Films oder einer Fernsehsendung? Das europäische Greenscreen-Projekt vermittelt Verfahren für eine nachhaltige audiovisuelle Produktion. Acht Länder nehmen bereits daran teil. Doch wie hoch ist die CO2-Belastung wirklich? Mit der Zeit der Projekte, wir haben die Veränderung des Filmmakers und Polisemakers vermittelt. Aureka ist ein Tool, das zu ermöglichen, die die Farben von allen Filmen produziert werden. Es ist ein Tool, das auch nicht möglich ist. Auch der Audiovisual Fund, der Slovak-Film-Kommission, offers eine gewisse Finanze, aber es ist ein ziemlich neues, für die Filmmakers, die sich in den Regeln zu filmieren. 5,000 Euro. In vielen Europäischen Ländern, UK ist viel vor, Belgien ist viel vor, und in Franschland, sie haben andere Tools, die vor dem Green Screen waren. So diese sind die Länder, die bereits funktionieren, und sie finden es mehr natürlicher. Das war auch die Meinung der Partnerschaft, dass ein stärkeres Partner kann helfen, die nicht viel Erfahrung in diesem Bereich.